Also, Sie sind die Katze von Herrn Schrödinger und wollen in den Himmel. Ja, das ist korrekt. Und Sie stehen nicht auf meiner Liste, weil... Ja, das ist eine wirklich interessante Geschichte und zwar... Ähm, hallo? Verzeihung, jemand hat die Kiste aufgemacht, in der ich sitze. Na schön, füllen Sie einfach dieses Formular aus und... Also jetzt ist aber mal gut hier. Verzeihung, ich bin wieder da. Was haben Sie gesagt? Naja, weil eigentlich ist das hier der Himmel für Menschen und... Oh, Verzeihung, anscheinend werde ich gerade in einem Auto transportiert. Hier ist ja alles voller Schlaglöcher. Sie, ähm, Sie sind nur noch eine, ähm, Kopf... Ähm, was? Oh, da ist wohl ein Loch in der Kiste. Ja, ich werde einfach aus dem Sonnenlicht rücken und, ähm... Okay, hören Sie, anscheinend sind Sie noch nicht ganz tot. Kommen Sie doch einfach wieder, wenn, ähm... Oh nein, bitte, ich halte das nicht mehr aus, äh, andauernd... Ach, kommt schon, Leute, auf der Kiste ist extra ein Pfeil. Ihr könnt ihn nicht abstellen, wie ihr wollt. Okay, nochmal von vorn.